Bei diesem Empfang im Sporting Club in Monza, übrigens auch Juan Pablo Montoya zu Gast, eben der Meister der Formel 3000 aus dem Jahre 98. Mein Gott, was war denn das? Riccardo Maurizio! Maurizio ging da einmal übers Dach und es scheint ihm gut zu gehen. Ein kleines Feuerchen, kein Problem, der Brasilianer ist draußen, aber was ist da genau vorgefallen? War das beim Anbremsen der ersten Schikane? Oh! Was für ein schwungvoller Abgang! Eieieieiei! Tja, was für ein Schlusspunkt unter eine verpatzte Saison. Ein wenigstens telegener Abflug dieses Riccardo Maurizio. Und das hat er prächtig gemacht, sogar die Kamerasimulation, die Kameraattrappe oben am Überrollbügel. Und sogar die ist noch drauf. Sah also schlimmer aus, als es ist. Fliegt dort über das Hinterrad von Rob Nguyen. Verabschiedet sich mit Schmackes aus diesem Rennen. Und auch aus dieser Saison. Und aller Wahrscheinlichkeit nach auch aus dieser Rennserie. Und aus dieser Saison. Vielen Dank.